Gut, ich glaube dieses Mal hat sich der Rockstar Games selber geschlagen, mit dem neuen Pipi Strello, und zwar folgendes, ihr könnt euch dieses Auto zweimal holen, wenn ihr GTA Plus habt, ja, ihr habt es richtig gehört, zweimal, aha, aber zunächst einmal alles schön kleinweise, wenn ihr euch die neue Winwood Garage geholt habt, über GTA Plus, habt ihr jetzt eine Club Garage, ja, richtig gehört, ihr könnt dort eure Winwood Club Fahrzeuge, also genauso modifizieren, wie jedes andere Fahrzeug, ja, ja, die GTA Plus Leute profilieren, dieses Monat, gewaltig, also ihr könnt euch zweimal diesen Pipi Strello holen, zweimal, einmal über GTA Plus und einmal über die Winwood Garage, ja, ihr habt es richtig gehört, nur müsst ihr halt GTA Plus haben, GTA Plus, und in der Winwood Garage könnt ihr jetzt auch modifizieren, ganz normal, wie jedes andere Auto, ihr könnt euch Farben aussuchen, Design und so weiter, und so fort, nun, zunächst geht ihr ganz normal in die GTA Winwood Garage, Car Club, ja, schaut euch die neuen Autos einmal ganz geschmeidig an, ja, da gibt es ja auch wieder einige, etliche, neue, ja, ja, also, und so, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne zuschlagen, gerade immer nicht, der, das hat mir eh gefallen, der da, der, ja, also, der war eh ein Hammer, das Auto, der schaut, aber das hat mir auch gerne gefallen, das Auto, also, das hat mir auch gerne gefallen, das Auto, ja, 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 dann habe ich mir einmal die ganzen Autos da durchgeschaut, ja, also, nichts Besonderes, ja, ja, und das ist der Winwood Club, ja, das sind ja die, 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 die immer für die GTA Plus Leute, sage ich jetzt einmal, für die GTA Plus Leute, ja, also, das ist jetzt rein nur für die GTA Plus Leute interessant, ja, naja, naja, und da gibt es ja jetzt auch alle Woche ein Ex-Auto, und hup, da grabert es auch den, den gibt es doch eh da, ja, ich habe das Auto aber schon, und da steht auch einmal bei Anspruchen, ich dachte mir, okay, versuche es, okay, ich habe ihn halt zweimal, aber ob das geht, ist eine andere Frage, ja, Leute, es ist gegangen, ja, Ihr könnt es als GTA Plus Leute, ja, dieses Monat, dieses Auto zweimal erhalten, einmal über normal, GTA Plus, ja, über Legendary Motors, und Ihr könnt es über Winwood Car Club bekommen, ja, das heißt, Ihr habt es zweimal, diese Möglichkeit, dieses super Auto zu bekommen, Ich bin dann auch in meine, ich bin dann auch in meine, ich bin dann auch in meine Garage gefahren, habe mich wohl überzeugen, und ja, ich hatte auf einmal zwei Pipistrello, zwei, weil ich bin ja GTA Plus, ich habe GTA Plus, ja, ich hatte auf einmal zwei Oberflord Pipistrello, einmal über GTA Plus, und einmal über Winwood Car Club. Leute, Leute, dieses Monat muss ich sagen, ihr bekommt es übrigens auch als GTA Plus Leute, auch das Unabhängigkeitsgewand, eine Jacke und eine Hose, ja, als GTA Plus bekommt ihr auch dieses amerikanische Gewand, was ich anhabe, aber nur als GTA Plus, ja, ja, also ihr hetzt zweimal Pipistrello, Einmal über Legendary und einmal über Winwood Car Club. Super geht ja bloß dieses Monat.